Nun hörten wir oft vom Rhein her, Bundestag und Volkskammer seien nicht gleichwertig, weil der Volkskammer eine demokratische Legitimation abgehe. Man sollte doch nicht derart auf historische Vergesslichkeit oder Unkenntnis spekulieren. Wie war denn das vor 39, bald 40 Jahren? Es ist doch bekannt, wie Bundestag und Volkskammer entstanden sind. In Bonn ernannten 1948 ausländische Besatzungsmächte willkürlich ausgewählte Politiker zu parlamentarischen Räten. Diese baskelten am Entwurf eines Grundgesetzes und mit diesem Verfassungsentwurf wurden sie 36 Mal auf den Petersberg zitiert, ins Siebengebirge, wo nicht die sieben Zwerge, sondern Vertreter der drei Westalliierten residierten. Dort haben dann diese Ausländer jedes Mal im Entwurf der nicht gewählten parlamentarischen Räte herumredigiert. Dann konstituierte sich der nicht gewählte, sondern von Ausländern ernannte Parlamentarische Rat im Bonner Museum König als provisorischer Bundestag und setzte die von Ausländern redigierte Verfassung in Kraft. So entstand die BRD. Bei uns in der damaligen sowjetischen Besatzungszone wurden Volkskongresswahlen durchgeführt. Die vom Volk gewählten Abgeordneten erarbeiteten einen Verfassungsentwurf und legten ihn der Bevölkerung zur Diskussion vor. Nach langer und breiter Volksaussprache wurden hunderte von Vorschlägen aus Betrieben und Neubauernhöfen aus Dörfern und Städten in den Verfassungsentwurf eingearbeitet. Als dann die drei Westzonen in eine Bundesrepublik umgewandelt wurden, proklamierte sich unser deutscher Volksrat als provisorische Volkskammer und die vom Volk gewählten Abgeordneten setzten die vom Volk gut geheißene Verfassung in Kraft. So entstand die Deutsche Demokratische Republik. Wer über mehr, wer über weniger demokratische Legitimation verfügt, sollte man also hinter den sieben Bergen besser nicht in die Debatte einbringen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!